Hier fragt euch jetzt sicher, warum wurde Chili von einem Raster vermöbelt? Dafür müssen wir aber erstmal zum Anfang. Kaffee hat mich auf der Veranstaltung mitgenommen, aber das habe ich nicht erwartet. Wir waren bei unserem ersten Wrestling-Kampf und die Leute haben so rumgejubelt, dass ich das auch gemacht habe. Das war keine gute Idee, weil der Typ sich dann wirklich hauen wollte. Komm doch! Nach der Show! Auf den Schreck musste ich erstmal ins Bad und mich vorbereiten und vordehnen. Und wie da oben angekommen gab es dann Snack. Und jetzt kassiert er. Okay, ich habe kassiert. Und zwar einen geilen Dance. Shit, damn.